hallo und jetzt willkommen zu einer neuen folge starke 2 2 gegen 2 wieder gegen gleichen spieler mal gucken ob zeug wieder seine armee einfach den gegner laufen lässt ich gerade bin ja ich bin der runner singen die eigentlich oder machen die nur noch geräusche ich fordere das neue update für mein handy ja huawei huawei rufen die doch wieder kein fan von huawei muss ich zugeben ich schon ich würde jetzt sagen jetzt habe ich wieder tausend leute getriggert das ist so günstig dieses huawei des bombe indien ich bin sehr zufrieden mit meinem handy also neues von huawei würde ich natürlich nicht kaufen weil es keine anderen mehr gibt vernünftig aber auf meinem ist ja noch drauf warum hören wir jetzt den holländischen kommentar wenn sie auf deutsch redet wenn er von bestes und du gern was nicht genügend in reihe nicht genügend in reihe nicht genügend in reihe und nicht genügend in reihe nicht genügend in aus sie so müssen wir unsere erstgeborenen das glaube ich nicht dass leute irgendwas wissen das rollt auch so schön los geht's in berlin ich bist doch nicht auf dem hotkey macht aber schon süchtig dazu sagen hat er einen sohn sind heiraten oder was ich sage das ist portugiesisch nicht für mich gegner mein gott kann ich jetzt endlich da mal nehmen mein gott weiter ich helfe ich hoffe es ist schon vorbei dass du da bist linda linda hat er gar nicht gesungen er hat mich getrickst er hat nochmal wiederholt erweiterung fertiggestellt guter alter rock ist da ja das problem ist quasi drei shots braucht gegen terana ja jetzt rüchte weg wo 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 so so dass du nicht beides ich theater ja Das hört sich zu uns zu hören. Das ist es. Warum sind meine Hotkeys jetzt wieder am Arsch? Los, los, los! Nicht genügend Mineralien. Jawoll! Nicht genügend Mineralien. Hier komm ich! Aber ihr sagt König, das ist gut. Ich bin König! Ich dachte wir irgendwie... Ich weiß gar nicht von wo die kommt. Boom, 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 boom. Die ist ganz schön laut im Vergleich zum vorherigen Lied. Der Turret ist leider für dich. Mekongs, Mekongs, Mekongs! Ja, das wird schwierig, wenn du da nicht bist. Warum bist du hier eigentlich schon wieder nicht? Wenn du da gewesen wärst, hätten wir es retten können. Der jetzt Push. Ist jetzt alles weggeworfen, noch in den Grund. Der clown, der muss lachen. 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 Ja, ist gut, jetzt greift mal an. Warum nicht? Ja, aber der Klappe ist ja... Ja, jetzt nicht Supply Block sein, sondern angreifen. Bin ich aber! Was fehlt? Es war zu spät, ne? Es war ein bisschen spät. Ich... genau so. Das hätten wir, glaub ich, besser heranfalten können. Warum ist das alles nicht auf dem Hotkey? Ich hasse Terraner. Ja, dann ist bei Terraner immer so der Problem, der nie da ist, wo man da erwartet. Und das Publikum geht mit. Genau, der Tourette aufhören. Freu mich schon drauf! Los, los, los! Abmarschbereit! Upgrade, Upgrade, durchgeführt. Roger! Das ist jetzt nicht so, ne? Ähm, da kann ich grad gar nichts gegen, ne? Noch, aber ich kann das nicht brauchen. Warum nicht? Weil ich kein Geld hatte wahrscheinlich. Kapiert! Was liegt hier? Hör zu! Das ist aber auch krass, der jetzt muss doch! Was ist der Wagenfeld? War es unsere BBFs, der du angegriffen hast? Wollen mich jemand hier aufhören? Ja, ich kann nichts tun dagegen! Ja, ich kann nichts tun dagegen! Du sprich? Ich versuch immer ein bisschen zu in optimization! ich bin nicht schon wieder diese basis verlieren soll jedoch zu meiner base nicht alle tüten warum denn nicht komischen mutter scheiß ding an uhr ich komm zu mir nicht angriff im ballett oder so singt sie die rassistische gegner der gegner war halt einfach da da war ich ja jetzt nicht vorbereitet gegner ich habe jetzt einfach mal gerufen das war völlig unnötig aber du hast du storm oder nutzt es warum ist meine dritte links der hotkey fixen so alles gut gegner von hinten stop 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 ja aber erst ein bisschen spät ne vielleicht ein bisschen spät gewesen das konze ich habe eine bunte jacke ja nicht serana spielen würde auch einiges leichter machen ich habe ganz viel gas wenn du das brauchst du musst jetzt aufs finger lassen das ist es noch viel mehr doch nicht wenn ich mit der Super Saiyajin bin Lassen's mich Henrik Koganskart Ja, lass mal nochmal pushen, wir müssen jetzt das Spiel beenden Also wenn es auch negativ sein wird Ich seh' uns da noch nicht so viel mehr Ich seh' uns da noch nicht so viel mehr, wie der, der gut ist Wahnsinn Hier komm ich Na ja ich so Los, los, los Wird gemacht Ich hab' mal den Föhn rausgeschossen Aber sicher Das ist kaum noch erwarten Der Gegner ist bei mir in der Mainway Aber ich kann es nicht ändern Der Gegner ist bei mir da Die haben aber doch kein Abmensch mit dem Ausflug Sag doch was Ich versuche schon eine Verpuffung zu forschen Ja, du bist jetzt verpufft, hab' ich das Gefühl Ja, und meine Meme ist es jetzt dort Ja, das hat nicht gerecht Ja, das ist bedauerlich Genau Wenn du auch ein bisschen was gehabt hättest, dann hätten wir da gewinnen können Hey, ich hatte Marines Er auch Ne, er hatte vor allem Ultras Das, ich glaub' sonst wär's gar nicht so schlimm gewesen, aber Das war halt Terran, das ist sowieso scheiße Jella zieh' uns eigentlich hier ins Ohr und ich versteh' sie gar nicht so leise wie die ist Schweden Fremdling Das ist Carola, die hat später gewonnen Aber nicht mit diesem Lied Ich darf einfach nicht sagen, war's das heute Ich hoffe, euch hat's gefallen Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder vorbei Hier umgericht das Feuer klicken Und das sagt von mir auch noch mit den Schnellen Mach's gut, tschüss Tschüss